Moin Leute, der Betreiber des Stromnetzes von Baden-Württemberg, die Transnet BW, haben am 10.02. eine rote Warnung rausgeschickt und dazu aufgerufen, möglichst wenig Strom zu verbrauchen. Die Warnung sagte, Verbrauch reduzieren, Strommangel, nicht genügend Kraftwerksleistung zur Verfügung. Was genau ist da eigentlich passiert? Ist der Stromverbrauch jetzt schon durch E-Autos und Wärmepumpen so hoch, dass unsere Stromnetze zusammenbrechen? Unser Qualitätsjournalismus und einige, ich nenne es mal Qualitätspolitiker, behaupten nämlich genau das. Hier im Spiegel zum Beispiel, Friedrich Merz hat für den Herbst und Winter 2022 den Blackout vorhergesehen. Dass dieser nicht kam, wisst ihr ja selbst. In der Welt kam Folgendes und Reichelt sieht die Regierung schon in unseren Kindergärten. Ich habe meinen fünfjährigen Sohn mal gefragt, ob der eigentlich weiß, was ein Blackout ist und er erzählte mir, wie sehr er sich immer auf die morgendliche Ich-muss-mich-auf-den-Blackout-Freund-Hymne im Kindergarten freut. Ich denke, dass das klar ist, aber nur zur Sicherheit, das war jetzt natürlich Ironie. Die Betreuer und Betreuerinnen im Kindergarten haben sicherlich eine ganze Menge Probleme, die durchaus auch mit der Politik zu tun haben. Aber über übertriebenes Engagement seitens der Politik hat sich da bisher noch keiner beschwert. Die AfD-Fraktion Thüringen hat sogar einen Blackout-Flyer rausgebracht, in dem man großartige Tipps für den Hausgebrauch wie die Energiewende stoppen findet. Eins haben diese Berichte insgesamt auf jeden Fall gemeinsam. Sie wollen euch Angst machen und Aufmerksamkeit erzeugen. Okay, aber haben diese Medienberichte vielleicht nicht trotzdem irgendwie recht, denn immerhin gab es ja echte Warnungen. Passt mal auf, ich habe da eine super verwegende Idee. Schauen wir doch einfach mal, was die Wissenschaft zu diesem Thema sagt, denn ganz so einfach, wie die Leute das darstellen, ist die ganze Thematik natürlich nicht. Fangen wir an mit diesen Warnungen am 10. Februar 2023. Da hat die App also diese Warnung ausgeschickt. Was ist da in diesem konkreten Fall eigentlich passiert mit dem Stromnetz? Ich erkläre es euch und macht euch darauf gefasst, dass ihr gleich vom Stuhl kippt, denn was da passiert, ist es wirklich komplett gestört. Ein kleiner Einschub, ich arbeite aktuell an einem Energieoptimierungssystem als Online-Service auf akkudoktor.net, welches für euch bald kostenlos zur Verfügung stehen wird. Dafür starte ich auch bald ein Kickstarter-Projekt, ist alles mega interessant, es wird hier auf dem Kanal natürlich alles dokumentiert und so weiter. Also abonnieren nicht vergessen, normal zu bleiben. So, und jetzt zurück zum Thema. Ihr werdet euch nämlich wundern, denn das eigentliche Problem waren in dem Fall gar nicht mal so sehr die Stromnetze. Also schon ein bisschen, ich erkläre es euch gleich, sondern in dem Fall wirklich viel stärker der Strommarkt. Da passieren nämlich wirklich schräge Dinge und ja, auch die Erneuerbaren spielen da natürlich eine große Rolle. Die zwei großen Player bei den Erneuerbaren sind natürlich Photovoltaik und Windkraft, das wisst ihr glaube ich alle. Das macht ja auch Sinn, denn die Photovoltaik bringt im Sommer am meisten und die Windkraft am Winter. Also das könnt ihr hier ganz gut sehen. Im Blau sind jetzt hier die Power der Windkraft über das Jahr und ihr seht, dass die eher im Winter stark ist. In Pink seht ihr DPV-Power und die ist Wunder, oh Wunder, im Sommer am stärksten. In Schwarz seht ihr dann die Kombination aus beiden und ihr seht, dass sich das durchaus übers Jahr gesehen ganz gut ausgleicht. Naja, klingt ja erstmal ganz gut. Ein bisschen komplizierter ist es leider schon. Denn ziehen wir uns einfach mal rein, wie die Anlagen in Deutschland eigentlich örtlich, also räumlich verteilt sind. Und hier seht ihr die Verteilung der Windkraft auf der Deutschlandkarte. Und im Norden ist mega viel und im Süden ist es eher mau. Bei der Photovoltaik ist es genau umgekehrt. Hier ist im Süden viel mehr und im Norden deutlich weniger. Und jetzt könnte man meinen, das macht ja auch Sinn, denn im Norden ist viel mehr Wind und im Süden ist auch mehr Sonne. Das stimmt tatsächlich auch. Aber wie groß sind die Unterschiede wirklich? Das Umweltbundesamt hat 2013 eine Studie veröffentlicht, wofür die Onshore-Windenergie berechnet wurde, wie viel Prozent eigentlich sinnvollerweise im Norden, Süden oder in der Mitte erzeugt werden könnten. Und das seht ihr hier, das ist gar nicht mal so krass, oder? Im Norden wären es halt so 44 Prozent, schon am meisten. Im Süden wären es dann sogar mehr als in der Mitte Deutschlands. Das fand ich interessant, mit immerhin 31 Prozent. Also sehen wir, dass der Unterschied jetzt so super extrem gar nicht ist. Aber klar, er ist vorhanden. Also ist jetzt auch nicht wegzureden. Okay, aber was hat jetzt die Warnung und der ganze Kram und den Stromnetzen und was ich euch hier gezeigt habe, jetzt eigentlich alles miteinander zu tun? Eine ganze Menge. An besagtem Tag gab es eine Menge Wind und so wie das im Winter so ist, wenig Photovoltaik. Macht ja Sinn. Das sorgt jetzt dafür, dass der Day-Ahead-Strompreis runtergeht. Die Beule nach unten, also das seht ihr hier, genau das passierte auch an diesem Tag, wie ihr sehen konntet. Wer nicht weiß, was der Day-Ahead-Strompreis ist, das ist der Preis, der für die Lieferung von Strom für den nächsten Tag, das ist wichtig, auf dem Strommarkt festgelegt wird. Und der basiert einfach auf Angebot und Nachfrage, also er wird quasi verhandelt. Also man handelt quasi heute schon den Strompreis für morgen und deswegen kann man den da auch ganz gut einschätzen. Bevor es weitergeht, ich wollte nochmal kurz sagen, diese Folge wurde von Dr. Lutz Böhm und mir recherchiert und von Manuel von Familie Elektrisiert geschnitten. Und ohne euren finanziellen Support wäre das hier alles nicht möglich gewesen. Also hier einfach nochmal ein Danke an euch Leute für den ganzen Support, das wäre halt echt nicht drin. Okay, wir haben jetzt also einen Tag mit viel Wind für morgen, das wissen wir, und einen günstigen Strompreis. Das heißt dann auch für morgen. Und jetzt kommt noch etwas dazu. Wir handeln den Strom ja auch mit unseren europäischen Nachbarn. Dieser Handel und Transport läuft über die sogenannten Grenzkuppelstellen. Das sind quasi dicke Stromleitungen ins andere Land. Also mal ganz einfach gesprochen, damit man sich das gut vorstellen kann. Alles klar. Was hat das denn jetzt wieder hiermit zu tun? Naja, an dem Tag dachten sich die Österreicher, nice, morgen ist ja richtig günstiger Strom in Deutschland, da kaufen wir doch mal ordentlich ein, um unsere Pumpspeicherkraftwerke mit Wasser zu füllen. Sie brauchten den Strom also gar nicht irgendwie um ihren Bedarf zu decken, also da ging es jetzt nicht irgendwie darum, dass das sonst in Österreich das nicht gehen würde, sondern es war einfach billig und da haben die sich gedacht, dann machen wir die Speicher voll. So, und jetzt nicht aufregen, denn das ist völlig okay, das ist Stromhandel, wenn der günstige Strom da ist und in Deutschland nicht benötigt wird, dann denkt an Angebot und Nachfrage, also ein günstiger Strompreis heißt ja eigentlich, das Angebot ist hoch. Also haben wir Überschuss und dann ist es ja völlig okay, wenn die Österreicher den speichern, denn sonst müssten wir je nachdem unsere Windkraftanlagen ja auch runterregeln. Also bis hierhin alle supi dupi und unsere Kinder können fröhlich die staatlich vorgeschriebene Wir lieben den Blackout-Hymne singen. Also bis dahin alles cool. So, jetzt gibt es natürlich ein Problem, wie ihr euch vorstellen könnt, denn in der Welt außerhalb der Strompreisbörse ist es leider so, der Strom muss jetzt auch in der echten Welt, also physikalisch sozusagen transportiert werden. Das heißt in diesem Fall, dass der günstige Windstrom aus dem Norden von Deutschlands eigentlich irgendwie nach Österreich kommen muss. Und jetzt haben wir das Problem, denn das deutsche Stromnetz gibt das einfach nicht her, dass dieser Strom in den Mengen überhaupt vom Norden in den Süden kommt. Hier als rote Mauer mal eingezeichnet. Und damit auch nicht, dass der Strom nach Österreich transportiert wird. Das ist eigentlich ziemlich krass, oder? Das ist halt wirklich ein echter Flaschenhals. Und jetzt wird es noch spannender. Was passiert denn jetzt? Das ist wirklich komplett verrückt. Da der im Norden produzierte Strom jetzt nicht zum Verbraucher nach Österreich kommen kann, müssen die Windkraftwerke im Norden runter geregelt werden. Und dies geschieht dann einfach über so eine Pitch-Regelung. Das heißt, die Winkelausrichtung der Rotorblätter, die werden dann einfach sozusagen aus dem Wind genommen und damit dann die Leistung reduziert. Also final könnte man sogar die Windkraftanlagen darüber auch ausschalten, wenn es nötig ist. So, obwohl jetzt aber genug Wind da war, haben die Windräder im Norden also erstmal weniger günstigen Strom produziert, als sie könnten. Und auch noch weniger, als bei der Vortagesplanung verkauft wurde. Trotzdem wurde der Strom aber im Süden unter anderem von Österreicher abgegriffen. Die wollten den jetzt halt auch haben, da sie ihn ja eingekauft haben. Okay. So, und was jetzt passiert, ist vielleicht ein bisschen komisch, denn es bricht nicht das Stromnetz zusammen, sondern es greift das sogenannte Redispatch. Es werden also jetzt Kraftwerke im Süden hochgefahren, also zum Beispiel Gas- oder Kohlekraftwerke, um diesen Strombedarf zu decken. Sondern ihr merkt jetzt auch, wie verrückt das alles ist. Also wir produzieren jetzt, wir schmeißen jetzt die Gaskraftwerke an im Süden, um dann irgendwelche Pumpspeicherkraftwerke bei Österreich zu super günstigen Konditionen zu füllen, die wir aber eigentlich teuer produziert haben. Da machen wir natürlich krasse Verluste. Das eigentliche Problem, glaube ich, jetzt in dem Fall halt, da ist es so, dass die physikalischen Gegebenheiten des Stromnetzes, die bildet der Strompreis einfach nicht ab. Also er ist einfach ein schlechter Indikator für die echten Kosten des Systems. Ja, ihr hört richtig, der Preis ist ein scheiß Indikator für die Kosten, zumindest so, wie es im Moment ist und zumindest in diesen Fällen. Dem Preis ist es also einfach scheißegal, wie weit er transportiert wird und auch, ob es irgendwelche Flaschenhälse gibt oder nicht und ob da ein Redispatch gemacht wird und so weiter. Das ist natürlich ein riesiges Problem. Also in diesem ganzen Stromhandel, das funktioniert deswegen nicht so gut. Selbstverständlich ist auch der Ausbau der Stromnetze sehr, sehr wichtig und auch ein Problem. Darauf kommen wir gleich nochmal gesondert zu sprechen. Naja, wie sind denn jetzt eigentlich solche Stromnetze aufgebaut und wo hapert es aktuell und warum ist von Nord nach Süd so wenig Kapazität vorhanden? Denn wenn man mal überlegt, das Problem ist ja nicht neu. Das kennt man ja schon länger. Man plant das ja alles schon seit vielen, vielen Jahren. Das ist ein bisschen strange. Und das erkläre ich euch jetzt. Ziehen wir uns erstmal rein, wie das Netz aufgebaut ist. Das ist sehr wichtig zu wissen. Die höchste Ebene ist die sogenannte Höchstspannungsnetz. Und hier wird der Strom mit super hohen Spannungen von 220.000 Volt bis zu 380.000 Volt übertragen. Und das Netz ist dafür da, um eine möglichst verlustfreie Übertragung des Stroms über größte Distanzen zu realisieren. Denn höhere Spannung bedeutet weniger Verluste bei der Übertragung gleicher Leistung. Und deswegen gibt es hier für die längeren Distanzen diese super hohen Spannungen, das Höchstspannungsnetz. So und hier seht ihr mal die Darstellung nur dieses Höchstspannungsnetzes. So sieht das ungefähr aus. So, dann kommt es darunter dann noch gibt es das Hochspannungsnetz bei 60.000 bis 150.000 Volt um den Bereich. Und darunter dann das Mittelspannungsnetz, das liegt bei 10.000 bis 35.000 Volt. Und dann das Niederspannungsnetz, das was ihr alle kennt, was ihr in der Steckdose auch anliegen habt, das sind dann die 230 bis 400 Volt. Also das, was wir zu Hause haben. So, je höher die Spannung ist, desto geringer die Transportverluste. Und das erklärt, warum man das so aufbaut und warum die Höchstspannung tausendmal größer ist als bei uns zu Hause. So, wie transportiere ich jetzt den Strom vom einen ins andere Netz? Also ich muss ja die Spannung dann irgendwie ändern. Das macht man mit Transformatoren. Hier seht ihr so ein Ding zum Beispiel. Und das Exemplar, was ihr jetzt hier seht, das wandelt dann 220.000 Volt in 110.000 Volt um. Also von Höchstspannung auf Hochspannung. Damit ihr das einfach mal gesehen habt, so sieht so ein Ding aus. So, das Höchstspannungsnetz in Deutschland ist dabei zwischen vier Übertragungsnetz-Betreibern aufgeteilt. Also denen gehört das quasi. Die kümmern sich darum. Das ist einmal 50 Hertz, Tenet, Amprion und Transnet-BW. So, und so sieht das Hochspannungsnetz dann nochmal ein bisschen detaillierter aus. So, und ihr merkt jetzt, das ganze Stromnetz ist echt kompliziert. So, und was jetzt super wichtig zu verstehen ist, das Netz ist bisher darauf ausgelegt, dass in der Nähe von Zonen mit großem Verbrauch auch die Kraftwerke stehen. Das heißt, Verbraucher und Kraftwerke sollten eigentlich nicht so weit auseinander sein. So war es bisher aufgebaut. Also bisher waren überhaupt gar keine extrem langen Distanzen für große Verbraucher oder für große Strommengen vorgesehen. Hier seht ihr jetzt, was alles in Planung oder im Bau ist. Besonders wichtig in diesem Zusammenhang sind hier die Punkte drei und vier. Und das ist die sogenannte Südlink-Leitung. Also die Leitung, die das Nord-Süd-Problem in Zukunft etwas entschärfen soll. Also hier wird jetzt irgendwie dieses Nord-Süd-Problem ausgebaut, das Netz, damit es dann der Strom auch entsprechend übertragen werden kann. Also es gibt Netzentwicklungsnetz, und das sogenannte Bundesbedarfsplangesetz, kurz BPIC, und das Netzausbaubeschleunigungsgesetz und so weiter. Alles super wunderschöne Wortschöpfung. So, hier seht ihr in diesem Zusammenhang alle 99 Vorhaben, von denen die allermeisten noch in Planung sind. Einige im Bau und einige auch bereits im Betrieb. Also da ist eine Menge los. Aber ihr seht auch, dass das hier alles ziemlich hinten dran ist und da eine Menge verpennt wurde. So, und jetzt die Frage aller Fragen. Warum sind wir heute immer noch in dieser miesen Lage? Das war ja alles schon super lang bekannt. Wer hat das eigentlich verbockt? Also die Planung einfach, dass es so spät losgegangen ist. Und verantwortlich dafür war damals die Bundesnetzagentur, die dem Wirtschaftsministerium unterstanden hat. Das war in der letzten Legislaturperiode Altmaier von der CDU und Gabriel von der SPD. Für diese Fehlplanung waren die beiden quasi verantwortlich. Altmaier hat diesen Fehler auch am Ende seiner Amtszeit eingestanden. Ja, okay, super. Also wir haben jetzt ein Netz, was jetzt erst in den nächsten Jahren wirklich richtig ausgebaut wird. Und für die aktuellen Gegebenheiten, sagen wir mal so mäßig positiv ausgelegt ist, heißt das jetzt, dass wir schon ein Riesenproblem mit Stromausfällen haben, dass alles jetzt irgendwie den Bach runtergeht, der Blackout kommt und alle in den Krankenhäusern sterben werden. Solche Bilder werden von Leuten, die sowas behaupten, immer gerne verwendet. Und die Antwort ist hier relativ einfach Nein. Die Abbildung hier zeigt die durchschnittliche Stromunterbrechungsdauer pro Kunde in Minuten. Und hier wird auch noch zwischen Gründen unterschieden. Also ohne höhere Gewalt, zum Beispiel wegen Netzinstabilitäten und auch mit höherer Gewalt wie Hochwasser, Orkane und so weiter. Und das über die letzten zehn Jahre. Und ihr seht, dass das hier eigentlich relativ stabil ist. Und zuletzt bei 10,6 Minuten pro Endkunde lag. Und das ohne höhere Gewalt. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr euch in den letzten Stromausfall bei euch erinnert, aber nur um euch ein Gefühl zu geben, was diese Zahl tatsächlich bedeutet. Durchschnittlich sind Kunden eigentlich nur alle vier bis fünf Jahre von einem Stromausfall betroffen. Und wie ist das in anderen Teilen der Welt? Auch das ist eigentlich ziemlich erfreulich. Deutschland hat im Vergleich eine der weltweit zuverlässigsten Stromversorgungen überhaupt. Also alles super duper? Nein, natürlich nicht. Denn hier könnt ihr die installierte Leistung der erneuerbaren Energien sehen. Und ihr seht hier auch, dass die kontinuierlich ansteigen. Was bedeutet das denn jetzt bezüglich der eben genannten Redispatche? Ja, das hat natürlich seit 2014 ordentlich zugenommen. Das könnt ihr hier sehen. Die hellblauen Anteile der Balken sind die Redispatch-Maßnahmen. Und das schwankt hier natürlich total. Aber wenn man versucht, hier so einen Trend zu erkennen, mussten seit 2014 auf etwa ein Drittel mehr Redispatch-Maßnahmen zurückgegriffen werden. Und wir wissen nun, Redispatch ist teuer. Was kann man dann jetzt eigentlich tun, um aus dieser Misere rauszukommen? Klar, das Netz ausbauen, das hatten wir eben schon gesagt, das ist wahrscheinlich auch mit der wichtigste Punkt. Aber es gibt noch so ein paar einfachere Maßnahmen, die man machen könnte, um das Problem etwas zu entschärfen. Zum einen zum Beispiel das Strommarktdesign. Naja, um solche Schweinereien wie mit Österreich zum Beispiel zu vermeiden, würden ein Redesign des Strommarktes durchaus helfen. Besprochen werden hier oft verschiedene Preiszonen. Also zum Beispiel der Norden hat dann bei viel Wind einen günstigeren Strompreis als der Süden, dass man das wirklich aufteilt. Oder den Strompreis an die Entfernung koppeln. Also einfach gesprochen, je weiter er übertragen wird, desto höher der Preis. Also alles halt irgendwie Maßnahmen, um die physikalischen Gegebenheiten, die das Stromnetz dann wirklich hat, auch in den Preis einfließen zu lassen. In irgendeiner Form. Das wäre, glaube ich, schon nicht so unsinnig. Aber jede dieser Maßnahmen ist wahnsinnig kompliziert und zieht natürlich auch Konsequenzen für Industrie und Verbraucher nach sich. Teilweise auch EU-weit. Also ganz so einfach entscheidet man sowas leider auch nicht eben. Dennoch wäre es eine verhältnismäßig einfache und ich sage mal eher so eine Art softwaremäßige Maßnahme. Der nächste Punkt ist intelligentes Lastmanagement. Man kann zum Beispiel das sogenannte Demand-Site-Management, kurz DSM. Das ist eine Laststeuerung betreiben und das bedeutet, dass man die Lasten intelligent steuert. Im großen Maßstab läuft das insbesondere über Industriebetriebe ab. Also hier wird dann von einem Potenzial für DSM von ungefähr 10 Gigawatt ausgegangen. Also das ist schon eine ganze Menge. Und zu Hause kann man das tatsächlich auch machen. Und ich beispielsweise mache das schon sehr lange und spare damit bares Geld. Zum Beispiel, wenn viel Wind da ist und der Strompreis dann super niedrig. Also ich habe einen Strompreis, der stündlich schwankt und dann dem Börsenstrompreis entspricht. Dann lade ich meinen Akku voll oder schmeiße die Brauchwasserwärmepumpe an oder lade mein E-Auto. Und wenn der Strom dann teuer ist, also wenig vorhanden, dann nutze ich den gespeicherten Strom oder die gespeicherte Wärmeenergie und habe dann einfach viel Geld gespart. Das ist jetzt für mich eigentlich ein vollautomatisch und ziemlich sinnvolles System, um einfach Kohle zu sparen. Und wir entwickeln, hatte ich gerade erzählt, genau so ein System, wo halt solche Entscheidungen sinnvoll getroffen werden können. Und das wird euch dann auch bald kostenlos zur Verfügung stehen. Und die Ersparnis ist ganz schwer, hängt total davon ab, wie viel ihr da an Möglichkeiten habt. Aber die kann durchaus zwischen 10 bis 40 Prozent betragen. Also das ist jetzt keine Kleinigkeit, sondern das macht schon was aus. Ja, ansonsten kann der Netzbetreiber auch noch eingreifen. Die Bundesnetzagentur hat im November 2023 eine Regelung zur Integration steuerbarer Verbrauchseinrichtungen festgelegt. Wieder eine wunderschöne Wortschöpfung hier. Die Bild-Zeitung hat es dann so formuliert. Kann man machen, muss man nicht, aber okay. Ist auf jeden Fall eine sehr krasse Aussage. Tatsächlich darf der Netzbetreiber, wenn eine akute Beschädigung oder Überlastung des Netzes droht, Wärmepumpen und E-Autos auf eine Leistungsaufnahme dann bis zu 4,2 kW dimmen. Das heißt, er schaltet euch nicht ab, sondern der regelt ein bisschen runter. Das ist jetzt eigentlich nicht so ein Riesendrama, denn das E-Auto, also bei uns zumindest, lädt das eigentlich gar nicht so oft. Ich vermute mal, dass das eigentlich tatsächlich nicht so häufig vorkommen würde. Und meine Wärmepumpe, wenn die mal 4,2 kW verbraucht, ich habe es noch nicht erlebt, aber ja, keine Ahnung. Also das wäre jetzt ein Wert, den würde ich gar nicht merken. Im Normalfall. Der Vorteil als Kunde ist, dass wenn man sich als Betreiber dieser Anlagen, also Wärmepumpen oder E-Autos darauf einlässt, kriegt man dann eine Reduzierung des Netzentgeltes. Also du sparst tatsächlich auch Geld. So, und das muss dann jeder für sich selber entscheiden, ob er das für gut oder schlecht hält und ob er sich darauf einlassen möchte. Persönlich finde ich die ganze Regelung über den Strompreis, also über dieses intelligente Lastmanagement einfach cooler, weil durch ein paar Verhaltensänderungen oder einfach geile Regelungstechnik Geld zu sparen, finde ich deutlich angenehmer. Das macht mir eigentlich sogar Spaß. Das ist mir auch irgendwie lieber, als wenn jemand von außen eingreift. Es spricht aber auch nichts dagegen, beide Wege zu fahren. Also ich sage mal, das eine halt so freiwillig zu machen und wenn dann alle Stricke reißen, dann kann der Netzbetreiber halt mal ein bisschen runterfahren und dann ist die Kiste gegessen. Das würde auf jeden Fall auch schon mal helfen. Okay, also ein wahnsinnig komplexes Thema und selbst in dieser langen Folge konnten wir immer noch nicht alle Punkte ansprechen. Auf jeden Fall ein großes, großes Dank an Professor Bruno Burger, der uns hier sehr unterstützt hat und auch Dr. Lutz Böhm, der für die Hauptrecherche verantwortlich war. Wenn ihr dazu nochmal einen spannenden Podcast hören wollt, kann ich euch nur den geladen Podcast empfehlen vom Max-Planck-Institut. Die haben ja auch eine ganz, ganz tolle Folge mit Professor Burger am Start. Richtig, richtig cool. Kann ich nur empfehlen. Professor Burger stellt auch über seine Webseite die sogenannten Energy Charts bereit, wo man sich alle möglichen Sachen wie eine Stromampel und so angucken kann. Also es gibt dort viele, viele Daten zum Strommarkt in Deutschland. Kann ich euch auch nur empfehlen, da mal reinzugucken. Denn das sind echte Fakten, die könnt ihr dann nachsehen und da könnt ihr wirklich sehen, was hier eigentlich so gerade abgeht. Bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.